Hallo, guten Tag und dober Dan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es ein neues The Finals Gameplay. Bevor wir aber ins Spiel rein starten, lasst uns kurz auf das neue Update drauf schauen. Sie haben tatsächlich ein Seasonal Update rausgebracht. Jetzt kurz vor Weihnachten ist hier auf jeden Fall auch das Weihnachtspaket am Start. Es gibt Feiertagsgrüße vom Entwicklerteam und man kann sich ein kostenloses Paket im Laden abholen. Da schauen wir direkt mal rein. Zwei Pakete. Eins ist kostenlos und das andere kostet 1000 Coins. Okay, wir schauen mal erstmal in das Set taktische Freudenbotschaft rein. Das ist das kostenlose Set hier. Es gibt einmal die Weihnachtsmütze. Tint Weihnachtsstrumpf als Waffenanhänger. Dann, was ist das? Ein Skin. Hä, wo kann man den anbringen? Hä? Und einmal den Sticker to you from all of us. Oh du fröhliche. Festsaison. Okay, wir kaufen das Paket mal. Das kostet ja null Coins. Kostenlos. Da sagen wir Dankeschön. Und das ist im Set Feiertagsstimmung. Für 1000 Coins kriegt man hier einmal diesen Skin von einem, was ist das? Ähm, was ist das? Und man kann den Pulli auch so noch einzeln anziehen. Okay, so ist es... So ist nice. Let's go. Ja, was sagt ihr zu meinem Weihnachtsoutfit? Ich habe halt nur den Pullover mir angezogen. Aber ich finde, das sieht schon ganz cool aus. So gehen wir jetzt direkt rein ins Gameplay. Ich wünsche euch da viel Spaß bei. Und dann, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin euch alles Gute. Euer Jan Hugo. Und jetzt, let's go. Yeah, meine Mates haben auch eine Weihnachtsmütze auf dem Kopf. Wir sind also schon richtig im Christmas-Fieber hier. Auf der Map Las Vegas geht es jetzt rund. Hoffentlich. Wir müssen auf jeden Fall Geld zur Bank bringen. Und ich finde, die Map ist schwer. Ich versuche jetzt mal mein Bestes hier auf jeden Fall einzuzahlen. Cash zu machen. Ich meine, das ist ja das Motto in Las Vegas, oder? Cash machen. Obwohl, eigentlich ist eher das Motto Cash verlieren in Las Vegas. Naja, mal gucken, wie es so läuft. Okay, er ist schon wieder selbst gerespawned. Oh, da liegen Coins. Und... No! Oh, mein Gott. Okay. Versuchen wir das weiter. Bisher hat erst eine Mannschaft eingezahlt. Oh, mein Gott. Und wieder sind direkt die Roten hier am Start. Hör mal auf! Scheiße. Die Map ist echt krass. Okay, ich sollte jetzt mal ein bisschen bei meinen Mates bleiben, damit wir überhaupt eine Chance haben. Ich hoffe, die haben auch mal Bock, was einzuzahlen und nicht nur auf Kills raus sind. Was war hier? Was ist hier? Ah! Was? Ging hier ab? Wieso saß er da so in der Ecke? Okay. Wir müssen hier weg. Boah, den Bankautomaten schaffen wir überhaupt nicht mehr, aber warte, dann kriegen wir jetzt gleich mit, wo der Nächste ist. Ich habe ja nur 1000. Der Nächste ist auf A. Okay, let's go. Immerhin, wir müssen einfach mal anfangen einzuzahlen, weil sonst haben wir es gleich verloren. Also, ein Anfang ist gemacht, wir sind immer noch letzter Platz, aber ich habe schon mal 1000 eingezahlt. So, jetzt können wir gucken, dass wir hier vielleicht jemanden finden, den wir abziehen können. Ja, die kommen. Ja, perfekt, er zahlt ein, sehr gut, er ist auf meinen Ping hierher gekommen, schön. Damit sind wir jetzt Platz zwei, sehr geil gemacht. Ich würde eigentlich, ich hoffe eigentlich, oder habe darauf gehofft, dass vielleicht noch jemand vorbeikommt, den ich abziehen kann. Aber es ist gerade keiner hier. Dafür ist der Nächste. Boah, schaffen wir den noch? Ja, Mann, den schaffen wir sogar noch. Rot kommt zwar. Oh, er hat alles... Okay, aber er macht's. Schön. Okay. So. Orange kommt. Sonst kann uns egal sein. Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Dieses Nachladen. Ja, wir gehen jetzt da hin. Mann. Ich hasse das, wenn ich so ein 1 gegen 1 verliere, weil ich mich komplett verheader. Wo ist der zweite Bankautomat? Okay. Digga, wo ist der Bankautomat? Hier. Hä? Okay. 6.000. Schön. Wir sind auf Platz 1 aufgerückt. Wir sind mit 17.000 genauso wie Platz 1. Was die Einzahlung angeht. Das ist schon mal nicht schlecht. Auf geht's zum nächsten Cash. Yep. Geil, diese unsichtbar Bombe. Oh, warte mal. Hier ist ein Lila. Ein Team. Okay. Okay. Okay, der Kollege hat 7.000. Wir müssen ihn begleiten, weil sonst, wenn er die verliert, wäre schlecht. Weil das wäre jetzt erstmal unser Ticket auf Platz 1. Er hat auch schon den Bankautomaten angemarkert. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Da wurde nur auf uns gewartet. Aktiv Megaschaden. Was heißt das? Okay, weiter geht's. Der nächste Cash mit 8.000 auf 2. Oha, der ist aber auch nice. Dieser Kill war nice. Die zahlen da oben ein. Ich habe meinen Jumphead noch nicht, aber jetzt gleich. Warte. Wo ist der nächste Automat? Hier. Oh mein Gott, ist es schon hier? Yes. 15.000. Komm schon. Let's go. Jawohl. Perfekt. Diesmal hat das 1 gegen 1 geklappt sogar. Oh nein, 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 nein. Und noch ein Tür zugemacht. Oh Mann. Bevor ich durchgehe. Klassiker. Okay, wir müssen uns ranhalten. Wir brauchen noch 6.000. Und dann haben wir es ja schon. Hä? Oh, diese Mad, ne? Verwirrend als fuck. Oh yes, yes, yes. Oh. Oh, 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 oh. Ich muss hier weg. Ich muss zu B. Wir müssen zu B. Wir müssen zu B. Ich bin One-Shot. Shit, 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 shit. Ich bin One-Shot. Ja. Yes. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Let's go. Christmas time, Alter. Schön volles Konto. Die Christmas Gang. Yes. Ja, schönes Game.